Der stackt hinter der Tür, was so ein Dödel. Oh! Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Guardians-Mission hier mit Big Wallen zusammen. Wir machen R8 Revolver Action und Varel hat auch einiges dazu zu sagen. Genau, wir werden jetzt starten und werden wieder mal eine äußerst kurze Runde erleben, weil wir natürlich easy alles wegklatschen bei dem First Try. Genauso wie bei der AWP-Runde gerade eben. Die kann man übrigens bei Wallen sehen. Exactly. Los geht's, Varel, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann wollen wir mal deinen Zuschauern zeigen, wie man hier perfekt spielt. Und zwar, ihr müsst das Knife nehmen und circa so machen. Ihr müsst wackeln damit. Ach stimmt, jetzt wollen wir alle, dass wir knifen, ne? Naja, natürlich. Total wahnsinnig, die Leute. Weißt, wir haben jetzt schon die Revolver und so und die Leute wollen trotzdem, dass wir die erste Runde knifen. Das ist echt seltsam, was die Revolver ist. Gegners, wo seid ihr? Außer... Ich hab Angst. Ich hab' mich lad' nach, lad' nach. Bin da, bin da. Du darfst die nicht pläten lassen. Ich geh mit rechts gegallt ab. BAM! BAM! Oh nein, ich muss nachladen. Was? Ja, du hast gute Entscheidung. Oh mein Gott. Das war knapp. Direkt ein Raketen-Nerver. Ich hab übrigens noch einen Tipp bekommen. Aha, aha. Wenn man sich irgendwo eine Smoke legt und sich direkt neben dran stellt, sehen die einen nicht. Ah, das... genau, genau. Das hab' ich auch gelesen. Dum, 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 dum. Ich glaub, die kommen bei Catwalk. Ja, die kommen bei Catwalk. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der chillt auf der Leiter und ich treffe mich nicht. Okay. Kommt hier, Kinder. Wow, also die Genauigkeit mit Rechtsblick ist ja wirklich der Hammer, ey. Ich hab' keine Muni mehr. What? No, ich hab' einen HP und keine Muni mehr. Okay. Shit, man. Den musst du machen. The pressure is too much. Dich, das ist sehr much. And the pressure. Bum, bum. D-d-d-d-d. D-d-d-d-d. Nice. Oh, wenn hier Heavys kommen, sind wir richtig genudelt, ne? Oh shit, aber 5, Mann, Heavys. Weißt du was? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, so für alle Fälle, falls irgendwas Dickes kommt. Wobei für den eigentlich ne AWP angesagt ist eher, oder halt ne Snipe-Waffe. Ich glaub, sobald man den Faced, oh fuck, sobald man den Faced, das ist ein Mardik. Der wohl war echt nur 16 Schuss insgesamt. What? Fuck, da unten. Ah fuck. Der Berlin. Der Berlin. Ah, wir haben mich verhört. Der Berlin. Scheiße, Berlin. Hinter dir. Fuck, die Flaschen, die Wichser. Okay, die kommen Outside. Ja, Outside. Also hat man die Gott auch nicht gelogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist bestimmt wirklich die... Oh. Oh. Scheiße, Mann. Ich krieg die nicht. Alles auf Flaschen. Ah. Alter. Login. Ich geh jetzt Parkour machen. Wie. Oh, bei mir. Oh, einer ist direkt On-Spot gegangen. Oh shit, oh shit. Ich bin down. Oh, 294 in eins. Was? Oh shit. Warum ist der zweite Schaden? Zugefügter Schaden. 169 in zwei. Was? Erklär mir. Ich hab die letzten 10 Minuten richtig haarig. Weißt du, was die Schwierigkeit ist, hier an dem Ding? Was ist das? Du darf mich so auf die Hände schießen. Das ist Ultra. Ja, 16 Schütter, das Ding nur. Ein bisschen hart, aber für uns harten Buben gar kein Problem. Wir sind doch die harten Burschen vom Dienst. Okay. Also 5 Kills hätten wir schon mal. Locker. Hat er gefressen. Nice, Mann. Jawoll. Komm. Ja. Ah, ist easy. Rittorial eracht viele Kills machen. Let's go. Also wir müssen nur Linksklick machen und auf den Kopf zielen. Dann geht's. Dann geht's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der einer ist wieder mit dem Rücken zu uns. Der hat wieder nichts dazu gehört. Der ist hier Backfisch-Mitarbeiter. Oh, Show. Im Laufen. Wiese. Leute, wir werden noch einen Kommentar nicht vergessen. Sag ich mal so, ja. Hier ist noch eine Granate, falls du eine Granate hast. Hier auf dem Boden. Alles, alles, alles. Am Stisse. Nur noch zwei Runden, Bro. Fucking easy. Man muss halt auch zugeben, dass wir Profis sind mit der Waffe, ne? What the fuck? Mann, machen sie jetzt langsam. Schleichen sie jetzt. Jetzt kommen sie outside left. Vielleicht auch leider. What? Ich hab noch einen HP. Okay, dann zieh ich mich zurück. Ich hab 10 HP. Nice. Da ist noch einer. Warte, warte, warte. Versteck mich hier im Smog. Oh Gott. Nur noch zwei. Down. Da ist nur noch einer. Keine Ahnung wo. Lass ihn kurz. Ich bin hier im Smog. Was ist bei mir? Ah, noch Answort, Answort. Okay. Hinter dem weißen Kanister. Okay, okay. Nein! Also echt bei dem, wo ich hingezielt hab. Scheiße. Es war unglaublich unglücklich, dass die da langgekommen sind. Man könnte es schon als Cheaten einkategorieren. Das war sozusagen Betrug. Also Gaben hat uns gerade praktisch wirklich gefistet. Und hat dabei gelacht. Der Gaben. Ganz schwache Nummer vom Gaben hier. Das ist ja wirklich Gaben. Weißt du, die Skins und so. Schön und gut. Aber du könntest dich ja ruhig mal ausdenken, woher die Gegner wirklich kommen sollen. Du sagst. Kellen, ich bin unterwegs. Wie keiner mehr da. Ah! Jetzt kommt sie dahinten! Farm, Alter! Erster! Zweiter! Dritter, Alter! Und jetzt! Und jetzt! Jetzt klick, klick! Oh, nice! Beide kann in der Türme. Ich hatte noch welche, aber er musste nachladen. Weil ich hab gemeint, er muss zwingend nachladen. Es wär so wichtig jetzt, um nachladen zu müssen. Drück mal F und R die ganze Zeit. Ja! Sick, dude! Let's spin this bitch! They spin me right round, baby! Right round! Das ist doch deine Decoy! Zack! Ah ja, ja! Das soll ich jetzt so die Gegner zöre! Hallo! Oh ja! Oh Gott! Ich muss weg! Ich werd so in den Arsch geschossen! Scheiße! Was? Boah! Links! Links! Ich darf es schauen! Ich komm von hinten! Ich komm von hinten! Bin da! Ich bin da! Hey, wo ist der? Was? Geht's hoch! Der kommt bestimmt oben bei Balcony! Äh, Catwalk! Ja, Catwalk! Tatsächlich! Nice! Als hätt ich ihn gerochen, diese Bastard! Er schmeißt einfach einen Incenderriere! Oh scheiße, wäre er nicht! Da hab ich verbrennen grad! Aua, 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 du! Ja, da sind sie schon von der Tür. Das ist geil hier zu stehen! Da treffen sie oft das Geländer! Okay, was waren sie jetzt? Ist einfach in die Ecke gegangen! Keep up the good one! Ah, hohohoho! Wuh! Alter, ich baller einfach weiter! Scheiß drauf alles! Okay, der ist weg! Keine Mut mehr für nächste Runde! Okay, Konzentration! Er hat ne Galil oder sowas! Achtung! Ich mach' dir locker weg! Oh! Fuckin' sick, dude! I know, dude! I'm a go, dude! Gott, hier auch, glaub ich, oder? Nee! Ja doch! Outside! Oh, shit! Oh, shit! Nein! Oh, was? Ich hab' ihn angefragt am Kopf! Wie geht'n das? Hallo, ich hab' noch einen HP! Mal easy! Ich geh' mal eben on! Nice! Ich hab' nur noch 6 Schuss! Okay, ich zieh' mich direkt zurück und geh' hoch! Ah, da ist er! Okay, ich hab' nur noch 4 Schuss! Ich muss, äh, warten, bis er ein richtiges Schussfenster auftaucht! Ajo, er hockt wieder auf Cut! Er dreht sich im Kreis, ne! Er saß da und hat sich einfach so im Kreis gedreht! Ich bin durcheinander! Ich muss mich im Kreis drehen! Ich bin ein Bot! Ey! Ich glaub' die Gegner kommen von ihren Flashen, ne? Ohne Witz jetzt! Without a Joke, du! Without a Joke, du! Oh mein Gott, das sind alle! Das sind alle, das sind alle! Vielleicht kommen sie auch von unten, pass auf! Ja, unten ist einer! Oh mein Gott, ich bin down! Nein! Berlin? Easy, man! Denk doch, du hast nicht viel Munition! Ist das von der MP oder so? Zugefügter Schaden 2 in 147! Jetzt geht der meins 147 in 2, oder? Zwei! Shit, man! Ja, ich keine Ahnung! Vielleicht ist das von der Runde davor irgendwie noch so eine Anzeige oder sowas? Ja, Ladder, pass auf! Achtung! Oh mein Gott! Der stackt hinter der Tür! Was zum Dödel! Oh! Hier ist auch einer! Was für ein Drecksack! Warte! Hier sie euch mit einer Trommel! Ha! Bitch! Geil, Mann! Das ist mal der Hammer! Stuggernaut! Ja, von Jagger, ne? Hm... Oh shit, Light Jagger! Entweder, ähm, Ladder Room oder Von de... Ah, die vom Ladder Room schon! Ah, die schießen mich an! Okay, ich glaube, da ist Zeit für eine Atmreibung! Nein, nein, da macht gerade eine Granasse! Eine schleichende Katze, die Beute jagt! Aber, wo ist er? Was macht der denn jetzt? Ich bin gespannt. Oh mein Gott. No, ich steal. Kein Problem, Leute. Bewerten und... Oh, fuck. Outside wieder. Ich guck mal later room. Könnten aber unten links kommen auch. Oh mein Gott, die kommen... Was, man kann hier oben auch lang? Ach du Scheiße. Ich bin geflasht. Das ist doch jetzt bei mir. Ich geh den einfach durch die Tür. Shit, jetzt ist das Loch etwas groß. Die können ja auch von der links kommen. Oh shit, das wusste ich nicht. Das schieße ich einfach. Oh mein Gott, ich wurde gar nicht geflasht werden. Was für ein Pech aber auch. So, das hasch davon. Jetzt hab ich dich gerade mal geboxt. Das ist weg. Kannst du wie eine Ballerina? 3-16-9-Scope. Äh, oben. It's all it's. Im Smog, irgendwo. Ich muss nachlaufen. Oh mein Gott, der Revolver ist so unergiebig manchmal, ne? Das ist schrecklich. Gleich so nachgiebig. So, letzte Runde, Kinder. Also sag ich jetzt einfach mal so voraus. Merrill, ich glaube, die kommen bei mir. Die schmeißen mit Nades. Ach Gott. Komischerweise von hinten. Weiß nicht, wie die das machen, aber... Lieber etwas döfensiv. Da ist ein Scouter dabei. Da scouts in dir echt. Oh mein Gott, ich bin gleich gefickt. Nein. Oh, scheiße. Ich bin im Ultra. Scheiße, okay. Die müssen jetzt voll rein. Konzentraten. Ich bin aber auch echt kacke gestanden dann noch zusätzlich. Ich bin nach da vorne gegangen. Ich einfach hinten bleiben soll. Mein Kabuff und die wegholen, sobald sie hier versuchen zu legen. Voll dumm. Eigentlich hätte ich meinen Smog verwenden können. Den Smog-Trick. Ich habe einen Flash. Okay, nice, man. Oh, das kann ich so rudeln. Geil, man. Oh nein. Da wurde geflasht. Das müssen auch gefährliche Flash-Gegner sein. Oh nein, fuck. Einer mit M4. Ah, einer mit M4. Ich höre, die kommen wieder unten. Oh nein, nein, nein. Oh Gott, noch einen mit geholt. Sorry, sorry, sorry. Ich habe gerade auf die Main-Waffe gewechselt. Wollte noch killen. Ach, es lebt noch einer. Scheiße. Ich habe einen HP. Am besten eine Main-Waffe, oder? Irgendwie überleben. Okay, komm, ich versuch's. Nein! Nein! Das gibt's nicht. Das ist wie Neo, den Schüssen ausgewichtigen. Von Matrix 1. Ja, Mann, der ist... Der ist hin und her gegangen. ...gerannt wie so ein... Das machen doch Bots nicht. Bots gehen einfach hin und versuchen, die Bombe zu legen. Und das war's. Sie kommen doch eigentlich meistens direkt um die Ecke und bleiben dann sofort so an der Kante stehen, sobald sie nicht sehen, und schießen. Und er rennt einfach ganz durch. Fuck, Vera, die flaschen mich schon wieder, ne? Oh mein Gott. Ich glaube, die sind gut. Denk an die Munition. Hab doch jetzt schon gewonnen. Oh Gott, die Linksauzug. Ja. Alles klar. Mom. Look her, look her. Oh fuck, Vera, das ist noch ein Gegner. Der hat was geworfen. Warte kurz. Fuck, 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 warte. Oh mein Gott, der neift dich die ganze Zeit an. Scheiße. Dreh mal an dem Rad. Was meinst du, was passiert? Ne, unter mir. Hier, hier, hier. Oh Gott, nein, alle hier. Was? Da hinten? Hier, aber hinter dir ist auch einer. Hinter dir ist auch einer. Zwei. Okay, okay, hab ich, hab ich, hab ich. Die sind hinter dir sind down. Seit wann verteilen die sich so? Das hat sich angefühlt wie Runde 5, 6. Naja, das war eben hart, Mann. Nice, double. Hier steppt noch einer. Ich geh jetzt direkt outside, dass er nicht von da hinten kommen kann. Schauen wir mal, was hier jetzt gescheht. Ich hör einen steppen outside. Oh Gott, der unten. Okay. Dieser Revolver, Alter, links, links, Mitte. Direkt ganz hinten. Sind durch. Ich bin so blöd, warum mach ich das? Steil alert. Ihr dipshit ist gonna stink. Like shit. Wir klicken die Folge auf, hier in drei Parts, Freunde. Dieser Kanal besteht nur noch aus dieser Folge, meine Damen und Herren. Ihr könnt ein paar Jahre daran gucken. Ah, hier war 30 Minuten. Bumpen. Oh ja. Okay. Nice double. Oh my God. Oh my God. Yeah. Ich hör Steps. Über mir, glaub ich. Ne, vor mir, vor mir. Sie kommen. Nein. Oh my God. Danke, danke, bruh. Ja, die gehen durch ihre eigene Molly. Geil. Ah, nee, nicht geil. Dann fackeln die sich ja gegenseitig ab. Scheiße. Warte mal. Nein, wir haben einen Kill verloren. All diese bescheuerten Bots fackeln sich gegenseitig ab. Das macht runter. Oh Gott, ich seh nichts. Oh. Okay. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die Nate hat fast. Boah. Ich hab Lowage B. Ich geh hinten hin und guck mal. Hinten ist noch alles frei. Nice. Oh Gott, ich muss weg. 13 AP. Einen Schuss. Ich hab 19 AP. Er kommt jetzt ganz hinten. Ja. Die Seite von ihm getroffen. Er hat sich gerade eingesmoked. Das war so ein Schitter. Er hat sich gerade eingeseift. Du musst dir aufpassen, jetzt spielen die auch ultra stark. Könnten vorne und hinten kommen auf beiden Seiten. Ich guck. Mitte, Mitte ist einer durch. Hier ist einer. Direkt los. Nice. Down. Ich guck weiter Mitte. Nice. Einer ist zurückgelaufen. Er könnte jetzt woanders kommen. Ich muss kurz nachladen. Ich steh hier bei Mitte. Alter, schon wieder. Das war wieder so eine Sache, die er echt hätte aufs Auge gehen können. Das ist ein guter Spot hier, glaube ich. Ich höre den, wenn er kommt und kann rechts auch mal bei ihm. Oh mein Gott, er gibt... Äh, ich hab ihm auch... Ich hab ihm 113 N2 gegeben. Scheiße, Mann. Wir verchocken immer am Schluss, wenn es um alles geht. Ich glaube, wir müssen in dem Fall noch defensiver sein. Also dann einfach wirklich wegrennen und abwarten. Die glauben jetzt dran hier, die Buben. Oh, scheiße. Doch nicht. Doch, okay. Mann, Mann, Mann. Die Challenge hat es in sich. Das ist volles Brücken für euch. Oh, scheiße. Wer wieder weg wollte, hast du gesehen? Ja, unten, unten. Nice. Oh. So muss es laufen. Wir brauchen einfach alle Gegner möglichst weit weg und dann eben in einer Reihe. Ja, das ist echt hart. Wenn die close kommen, dann sind wir ein bisschen angeschissen. Vielleicht müssen wir dann aber auch einfach auf unseren Revolver verzichten und dann doch die M4 nehmen. Outside. Jawohl, er ist da schon ein Gefährstsein. Noch einer unten. Flash kurz rein. Er ist on spot. Ich bin der ist durchgekommen. Einer könnte legen. Nice. Nachwarten. Der kommt unten. Der kommt unten. Jetzt wird es hart. Jetzt kommen die schweren Regenrunden. Bei mir outside. Links hilft einer rum. Zwei. Kommt. Zweit. Ich gucke unten, okay. Er hat mich angefrackt, Mann. Krass, der ist da. Fuck, ich bin tot. Noch einer. Cut. Zeit. Zeit. Kommt jetzt. Cat ist einer. Nein, nein, nein. Sorry. Ich mache jetzt M4. Sag mal, gibt es das? Die Smoke rollt da die ganze Zeit über die ganze Map. Ich gehe einfach außen rum. Alter, das wird ultra schwierig jetzt. Ultra schwierig. Okay, die haben den Head gefressen. Okay, die könnten gleich rauskommen. Rechts, rechts, rechts. Könnten sie gleich kommen. Fuck. Oh. Jawohl. Alter, noch eine Runde. Ich meine, noch einer. Hey, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann weiß ich nicht, ob ich bereit bin, die Aufnahme heute zu Ende zu filmen. 39 Minuten Aufnahme. Ja, bei mir. Ich gehe direkt zurück. Ich habe Schiss. Letter auch. Letter auch. Letter auch. Okay, ich gehe so, dass wir nicht sehen können. Wasser schießt sich die Garage. Tür ist offen. Oh Gott, das ist offen. Alle Kettrock. Kettrock runter, runter, runter. Nein, nein, ich habe ihn nicht bekommen. Nice. Nice. Oh Gott, das will ich voll gerade sagen. Was? Ich habe eine Million Mal da hochgeschossen. Und das war es auch schon. Das heißt schon, es hat echt ewig gedauert. Wir sind froh, dass wir es rum haben. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Und Werl hat die letzten Worte. Bitteschön. Cola schmeckt besser bei Dunkelheit. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.